und weil unglaublich und knall haben wir beide 1 2 3 den hast du sowieso 1 2 3 hauptsache vom thema blinken ja ach warte mal das ist nur 2 breit da na ja 1 2 3 den hast du sowieso 12 um dann muss ich das weiter zur seite setzen gleich ich gehe nicht schlafen ich bin hier gerade zugange brauchen wir auch nicht immer 123 kohle muss ich ja gleich schlafen erst holz hatten wir nicht alles ich muss das da drüben wir machen und dann kann ich diese besser verbinden 1 2 3 1 2 3 die wird das läuft kommen mit er noch ein bisschen schneller die crafting table die tue ich erstmal hier hinten hier hin die anderen hießen ja project table hast du gerade gerülpst also das hört sich leicht nach dem bäuerchen an ja ist klar du mir ja auch ich denke nicht maschinen blöcke und jetzt wohl das reicht der reaktor chamber wenn ich das ding und dann lassen wie lange wollen wir noch machen ich müsste mich immer mal cut machen mal eben ja können wir ja gleich machen können er dann auch nicht wenn die stunde rum ist dann haben wir auch zwei stunden wie lange haben wir denn schon ich habe und zwischendurch mal wieder abgebrochen wir haben zwölf minuten haben wir zwei stunden ja 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 so lange schon meine güte ich spiel nie wieder mit ihr okay das ist verbunden das ding kommt dann noch ein bisschen wird darüber gesetzt direkt dort chambers das kostet den generatoren advanced zirka rosa bei mir wenn man auch wieder rein voll ins loch wieder reingeplumpst ich bin auch gerade da unten eine batterie aber da habe ich noch zwei advanced an die wollen noch selber warum hat er die schmiede doppelt gesetzt braucht manchmal ist das echt nervig und generator wie war das wenn man das ding füllen will weil sie nicht wird wie viel muss unten sind wir ding rein tun nur eine reihe war das mache ich voll so voll machen warte mal naja eigentlich ist das falsch was ich hier gerade so mache du bist doch zu macht das doch nichts anderes zu tun als wie ich immer nein ich überlege gerade was anderes du hast ein scheiß ich weiß das magst du doch so sehr generat da brauche ich einfach mal den landmarks hier einsammeln generat brauche ich normalerweise ich will jetzt 1234 ebenen dicht machen komplett mit dreck ja das ist ein bisschen höheres und ich habe es außen die rente wände lang gelassen deswegen muss ich noch mal anders um ändern deswegen mache ich das auch per hand dauert etwas länger aber hat auch es gibt doch schnell so dass man die wand reingehen nuklearreaktor was das habe ich gesagt also nicht nuklearreaktor schon wieder reiz schaden aber jetzt noch wieder ein ding fertig basteln dafür für ein einer damit ich schon mal wieder 100 eu pro sekunde bekomme aber dann man sich der messverwirker richtig anschließen kann du hast so ein dach stand meister ne doch alle dennoch schnell koftet trotzdem und dann becker ich wieder kein material habe trotzdem verstand fertig aus ne 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 ja jetzt kommt auch noch gravel und da willst du mich verarschen die baguettes schmeißerein hast du denn noch da hinten drin ja hier dann kommt da die fackel drauf so so da kommt dann die fackel auf fackel fackel der fackel man macht fackel gleich eine muss erst mal ein loch ein machen dass ich da hinsetzen kann man sonst ist ja wieder an die wand bodys carbon fertig zu machen das dauert sowas von von langen genau wie das ja alles fertig zu machen da drüben noch an acht und die ep liegen ja auch noch um habe ich gar nicht eingesammelt komischerweise den star eingesammelt aber die xp nicht keine ordnung der hat er wirklich hier sind noch carbon platten euch sucht die gerade noch wie lange brauchst du denn noch das ist prozent 123 123456 angeschlossen sand gehen daran dass man mir die fackeln wiederholen bevor die verschwinden wenn ich das nicht was kann man sich ganz leicht wir selber machen was ja die land macht es war trotzdem ja klar warum mein dach ist wieder voller zombies hier und hier sterben hier glaubt man nicht zum auswählen da musstest du das so machen dass ein loch in der mitte genau um dicht zu machen musst du alles eine reihe machen ja unten nur dicht machen dafür brauchst du dann aber auch die m m die briggs ja weiß ich ihn ja die ja kommen leben briggs siegelstein alles was auf dem dach geht geht mir grad voll auf nerven ausgeläuchtet nachkommen würde ich mal da oben besuchen dann setze ich mir mal hier das portal in blau ab nach oben weil sie nicht irgendwann habe ich doch noch leben bestimmte angekommen naja nähe ist bei mir wasser der hat nichts gehört so wahrscheinlich weil ich in dem moment durchs portal gegangen ist bei mir nämlich sein normalerweise hört jeder die vorkeeper alter schwede hat mir gerade die kisten in die luft gejagt ninja spider man was soll diese kacke das körper körper wieder in das loch runter ich habe nicht gesagt dass sie hinkommen sonst ja da unten habe ich ja der hat mir gerade ordentlich kisten weggesprengt das natürlich gemüse toll misst für echt etwas nur zwischendurch war nicht rechtzeitig raus auf dem inventar ja wenn wir das ausgeschaltet entscheidet hätten hätten wir hätten wir können hätten wir nicht machen können ist ja auch nicht schlimm aber die vier kisten bleiben heil oder was ja kisten bleiben heile ich meine jetzt nicht wegen der sprengung sondern wenn das explodiert die bleiben die werden nicht kaputt gemacht die akisten bleiben heil okay weil sie nicht also die landen schon weg aber mein jetzt dass sie trotzdem heil bleiben und als item da wieder landen naja ja 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 ich bin heiler so mal normale tun war ja so dass die kaputt gehen könnten kaputt gehen kann die können kaputt gehen leck mich auch am arm möchte ich nicht mehr zentos kommt schon boah meine güte das immer märten und zählen da gibt mir so ein zwechfell mir geht das ja auch gerade auflage ich habe so schön einsortiert die meisten sachen und hier schlafen gehen mein toll ist nicht schlafen gehen ich habe gerade nach leben gesucht guckte an der kiste das bestimmt leben blöcke durch wenn den golem aber siegt hättest habe ich auch noch gern wollte doch gerade in den kisten gucken ach so okay dabei und das muss sich ja bei mir da explodiert okay das habe ich schon mal genau das brauche ich noch daraus ich bin ja nicht verreckt und sagen lange dauert es denn bis es die sparen dauer nicht verrecken ich das brauche ich noch was ist jetzt schon wieder drin haut doch an ab es regnet das natürlich ist klar dafür bin ich an der wüste hat er noch ein aber feind vorteil geht doch fertig lapis ich habe das so schön sortiert gehabt ja ist doch gut soll es gut so macht das iridium fertig hier so hat es wieder gepflegt bovord ist das nervig hier zu stellen da kläre blöcke jetzt habe ich sie gefunden wie gesagt durch mittel tor finden es immer genug doch kriegst ja auch sowieso genug welche Die Klärblöcke konnte ich nicht brennen, ne? Nee, die konntest du nicht brennen. Musst du immer mit einer Schaufel noch kaputt machen. Oder guck nach, dass du vielleicht mit Minimstone das direkt machen kannst. Doch, das geht. Ja, siehst du, guck. Aber ich hab keinen. Ja, mach dir doch eben einen. Kostet doch nichts. Vier Eisen, ein Gold, ein paar Cleanstones. Die ganzen Clean Shards waren das, oder? Achte, aber die hast du doch eigentlich durch Monster besiegen. Minim Shards mit verschiedenen IDs. Ja. Fick dich, echt. Und die musst du alle gleich benutzen. Ja. Jetzt hat er die aufeinander gestickt mit einem... Was funktioniert jetzt hier nicht? Ey, sag nicht, dass das nicht funktioniert. Was? Mit dem Teil. Ich hab das jetzt alles fertig gecraftet. Mhm. Was ist das denn für eine Verarsche? Dann lach ich aber. Ey, das funktioniert wirklich nicht. Diamant. Minimstone. Lapis. Hä, warum funktioniert das denn nicht? Nein. Was ist das für eine Verarsche? Hm. Diamant. Redstone. Lapis. Lazzuli. Hab ich doch... Hä? Ach so, jau. Die Platte hab ich noch gar nicht richtig gemacht. Naja, alles gut, alles gut. Alles gut. Alles gut? Ja, jetzt funktioniert's, glaube ich. Und ich hoffen. Find Glass. Hab ich einen Shot bei mir, echt? So, Lapis, links, rechts, Surium, Perth, Diamanten und Wetzlar. Und jetzt funktioniert's auch. Ähm, ja. So. Circus, Edatis, Spidatron. Soll ich mal die Bedingung an? Advanced Solar Panel, Strike. Zack, zack. Strike mit dem Scheiß, weg damit. So, wie bringt das jetzt? War's auch kein Mensch. Toh, jetzt hab ich mein Store noch noch weggepackt. 32 EU-Protec. Läuft. Jetzt läuft nicht der Messwerte auch etwas schneller. Ja. So. Zack, 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 zack. So. Lass mal laufen. Den haben wir. Nee. So, es hat jetzt... Stimmt, ich hatte ja hier noch eine normale Tour. Stehen fällt mir mal gerade wieder so ein. Redium-Platten wieder. Ja, da auch gleich mit weggesprengt. Ach, du ahnst es nicht. Doch. Ach, du ahnst es nicht. Oh, da kann ich erstmal mit dem Juri Meta zusammen sammeln. Das Creeper. Ich will auf den Hybrid Solar Panel kommen. Hä? Habt ihr Minimstone noch eben gemacht? Das ist dann für ein Scheiß. Okay. Ach, vielleicht habe ich vergessen, ihn rauszunehmen. Och, ne, Folge müssen wir auch gleich beenden. Ja, ist das teuer. Hä? Wieso geht man das nicht? Was ist denn? Können wir keinen Minimstone herstellen. Hast du den Trägerstein schon gemacht? Ja, habe ich. Hast du die Minimstones mit den gleichen IPs reingesetzt? Minimcharts? Ja, habe ich. Aber die haben alle die gleiche IP jetzt bei mir. 2700 Doppelpunkt 7. Naja, du musst die 2700 nehmen. Ja, merke ich schon. Ne, 27.000. Oder so. Habe ich schon gemerkt. Müssen alle 27.000 haben. Da habe ich einen. Ja, habe ich genug. Ich habe gerade davon ein paar mehr gehabt, aber die haben sich dann... Ja, ich weiß. ...haben sich die IP scandert. Acht Stück brauchst du, ne? Mhm. Ich komme doch zu dir. Jo. Du musst sowieso auf YouTube mit einen Kiefer warten. Ja, damit ich halt ein nächstes Solarpanel machen kann, irgendwann mal. Mhm. Stinke. Boah, regnet es bei dir nervig. Mhm. Hier. Jo, danke. Nicht, dass sie, hast du die einen rausgetan? Ja, habe ich. Ja. Das ist echt ätzend, dass sich die ITs bei den anderen machen, wird das nicht kommen. Ne, ich weiß es nicht, warum. Wenn es das funktionieren, ne? Ja, hat auch geklappt. Dankeschön. Kein Problem. Dafür bin ich ja da. Auch sonst weiß ich einfach mal da rein. Aber ich würde sagen, dann beenden wir jetzt mal die Aufnahme und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.